Wir packen wieder unsere Koffer, denn ich habe die Schnauze voll. Ich dachte, dass wir uns hier wohlfühlen werden. Ich dachte, dass das unser Zuhause wird. Aber leider wurde es genau das Gegenteil. Ich bin einfach nur noch kaputt vom ganzen Ein- und Auspacken. Wir haben all unsere Sachen gepackt, haben unsere ganzen Möbel auseinandergebaut. Denn wir werden dieses Haus verlassen. Ich habe versucht, monatelang ein Auge zuzudrücken. Ich habe beide Augen zugedrückt. Aber irgendwann wurde es einfach zu viel. Irgendwann konnte ich nicht mehr. Ich habe einfach nur noch geweint und bin zusammengebrochen. Warum wir schon wieder umziehen, erzähle ich euch im YouTube-Video. Leider wird hier nicht alles reinpassen, was uns in diesem Haus alles passiert ist.